Das ist nicht von 79. Und jetzt noch mal auf Teasy. Wo ist er eigentlich? Und Skog hatte, glaube ich, im Sommer Geburtstag. Teasy auch, genau. Ich weiß nicht, genau. Skog hatte. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Liva Skog. Happy Birthday to you. So, wir haben uns gerade erst kennengelernt. Deswegen weiß ich den Namen auch nicht. Das ist Toms Party Band. Wer war noch Tom? Da. Sorry. Es wird blutig. B-52s, ne? Sagt man. Okay, ihr müsst euch die Frauen hier vorstellen mit hohen Frisuren. New Wave. Okay. Okay. Vielen Dank.